Willkommen zurück zu World of Warcraft mit dem Ork hinter mir, der schon wie wild herumhüpft, dem Dodo, auf dem ich drauf springen kann, und dem Dodo, auf dem ich nicht drauf springen will. So, ähm, ja, was haben wir jetzt eigentlich als Quest? Wir haben ja Rasterkern wiederbelebt, mehr oder weniger. Jetzt haben wir zum Tempel von Rezan. Korrekt. Du bist aber gerade ein bisschen, ne? Kannst du nicht mal schneller reiten? Hm, hm. Geh runter, dann siehst du, wie schnell ich weg bin. Ja, ich hab da nämlich ne Erz. Das ist nämlich viel interessanter, als dir zu gucken, wie schnell du weg bist. Wir folgen aber nicht dem Tank, nein. Nee, ihr folgt lieber einem langsamen Dodo. Jetzt gerade bin ich nicht langsam. Und jetzt ist er nicht langsam. Ach so. Dem Dodo, der andauernd über das WLAN-Kabel stolpert. Also du. Ja, und? Nee, nee. Nee, nee. Nee, nee. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Das hast du noch nie gemacht. Ich gab mir noch gar keine Kaltze leisten. Ja, ja. Wie willst du das denn machen? Der Mann aus não? Der Mann aus. Das Eleava, das ist auch. Ich will wieder hoch. Der Mann aus. Er wirkt positiv. Nein, desematische Parakos. Ich würde mich in dependence sagen. Und zwar kommen. Der Mann aus. Die wurde zuennen war, dass er überhauptas mental ist. Von der Mann aus. Ihr gröch al- wie ist keine Echin? Das graduated, wenn du thirds Studentierst so weit im Raum wegfl fueled Valentist. Bonus Ziele erstmals ein Schatz in der Welt er soll längst zurück er ist ein Bonus Ziel jetzt so und jetzt auch so wenn ich meine Schrifträume dürfen so was haben wir jetzt hier tun und alles über alles töten alles töten klingt immer gut das können wir ganz gut große Dank ich bin hier guck den braunen Scheißpunkt an das bin ich guck mal ich tanke sogar doch und es ist nicht Diesel Super Ingo ne super ist auch nicht was will der Dino da der hilft uns der will nur mal spielen den habe ich aus dem Käfisch gelassen damit er uns hilft ach so ich lass ja auch ein paar Dinos mal raus ja guck mal ich lass dann hier auch mal einen oh ne bitte nicht oh ne bitte nicht holte mal noch ein ich hole da auch noch mal ein endlich mal ne vernünftige Mitarbeiter die mal Schaden machen die Dinos ja ich lasse den ganz großen Mal frei wieso Schaden ich bin der Pazifist das gibt man nicht so an ich bin der Pazifist das ist nicht nur Zehahn ha 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 Mensch Mama du bist so doof das heißt Pazifik ach nein yeah der Herrscher ist geläutert yeah die waren tot er ist geläufig der geläutert ach so das interessiert er kann ich seh hier auch meine Karte an Erz ich weiß noch nicht so ganz wo es ist und wie ich da hinkomme ich wär so gerne Millionär nee ist klar Leute hört auf ne schad ich spiel länger als nicht und hab das so spät ich hab das schon fünfmal gehabt ok mit dem Charakter mit dem Charakter weil Blizzard ist einfach nicht begreift ich fuhr weg überall numm da gibt es erstmal von mir ein Gezettler auch wenn es das fünfte Mal vielleicht ist vielleicht kriegt man das so lange bis man mal Millionär geworden ist ich bin ja schon Millionär nein bist du nicht außerdem es gibt es gibt jetzt einen Millionärtitel es gibt das neue cool noch nicht du musst ich hab jetzt abgeht ja 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 hab ich hab ich von gehört kannst Reit hier glaube ich ne ja das ist auf jeden Fall irgendwas da ist ein Rahmob da äh folgt doch mal den Tank da ist ein Rahmob ich seh nur einen goldenen Pock hier ist ein Blümchen da wo weißt du Blüm ach da hinten ist auch ein Blümchen da Rahmob wo nützt der treppendorf wenn da dann auch ne ich muss hier noch kommen ich hab hier oben auch ja aber ich komm nicht so schnell hin äh äh jetzt komm hier nicht über die Brüste sonst wär ich auch da aber das geht leider nicht ich muss ihn runter verdammt so die Treppe wieder runter hier greifen alle den Typ man was macht man oh an geht an geht der Schlösser kann nichts mehr passieren ok oben eine Höhe äh das sind alle die mal allein ne da nicht äh da kommt ein Keks geflogen ich folge mal Wollte Gott sagen einfach dem Keks noch ich meine der fliegt jetzt dahin wo ich herkomme aber naja da ist der Keks wenigstens einer weiß hier wo es lang geht also da war die Anzeige aber nicht da dann guck mal Gart ja da habe ich ja geguckt das war ja das ja ne hast du nicht du hast nicht in den Moment hingeguckt Schöner oh ich hab was aufgegert das Reich wird niemals untergehen der hat jetzt aber nichts für uns gedrückt ne für mich? ah ok äh für mich auch nein ne aufgewertet ist es nicht ok äh ich kann es nicht gebrauchen ja dann dann ist es wie es ist so komm mal ran auf Meda hier ich bin noch da ich bin direkt hinter dir ich mach ja auch die anderen die nicht da sind ich mach ja auch die anderen die nicht da sind es juckt dir in den Finger ne? ja ja lauf Kicker lauf ja du machst ganz viel nochmal ja du machst ganz viel nochmal ja das Hu kommt wenn er denn landet Blümchen was schubst mich denn da wieder weg? was war das denn? hallo? äh ach hier die Barriere ja das gehört zu das gehört zu dem oberen Bereich mit ach so ja toll lass ich dann nicht aufs Blümchen kommen kommst du gleich lass uns erstmal die Barriere auf rechterhalter hier töten gleich ist es weg ist immer so jetzt sollen sie mal nicht rum sie kriegen bestimmt auch nochmal irgendwo anderes ein Blümchen äh die Leidens gelungen gar nicht ab die Leidens gelungen gar nicht ab sie mitten im Dschungel du wirst schon das Blümchen nochmal wiederfinden ansonsten später im Sumpf zeig dir gleich wie das Fleisch schwach ist meine Güte so wo 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 da 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 willkommen in Suldasa ähm laut Karte seid ihr alle bei mir aber in Wirklichkeit nicht ja braun ich immer ne Karte aber fast immer jetzt seid ihr laut Karte da oben das kann ich glaube warum nicht? hast du deine Quest abgegeben? die wird nichts zum abgeben du hast als Quest eigentlich links und rechts die Casper die du töten musst dann gibst du die Quest ab und dann kommst du hier hoch welche Quest hast du da aktuell hier im Gebiet? das ist doch gut das ist doch gut so kann ich nicht und der Rastakan sagt dir leck mich doch der Rastakan hat ein graues Fragezeichen im Bomberkopf das stimmt das stimmt frau ist Fragezeichen da hast du ja auch ne Quest ja gut aber wenn du ihn ansprichst dann sagt er dir auch gleich welche Quest du hast wenn ich ihn anspreche sagt er mir der Rastakan hat keine Ahnung hässlich beleidigen was sind nochmal 20 Sekunden zum Lockout also halt ich probier es nochmal mit lesen welche Quest hast du ich bin jetzt keiner es ist gut der König zu sein beziehungsweise ich hab Standbild aber theoretisch wie soll Hallo Standbild kommt und schaut also wir können dir jetzt wahrscheinlich halt auch nicht mehr helfen weil es halt gefaced ist also laut Karte habe ich hier wo wir jetzt gerade sind nichts außer das das Bonusziel erstmal 80% ja und Bonusziel haben wir auch noch hm 96 äh jetzt gehts ja rund wenn ich den König mit seinem grauen Fragezeichen erlauert dann sagt er ja da musst du dann musst du ja auch ne Quest haben welche Quest hast du denn beziehungsweise was musst du da für tun haus des Königs komplett abgeschlossen aha das sind ja drei Typen sonst bricht die Quest nochmal ab dann mach sie halt neu läutert die drei Statuen bla 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 fertig du weißt wie das das ist was ich die teilen will habt ihr die abgeschlossen wir haben die abgeschlossen wir haben die abgeschlossen dann nehmt noch ein Heu an alles gefixt gar kein Problem ja vielleicht sind zwei Jungen und wo viele ich ah jetzt ja so gucken wir mal wie weit wir Amiga Link unterstützen könnten vielleicht ja also wie es aussieht gar nicht ne blöd er ist in einer anderen Phase und wir können mit ihm nicht interagieren ja dann äh spielen wir eine Runde Arston oder so das fehlt nicht hm boah boah was für Pflanzen hier gibt das ist Wahnsinn der Hammer oder wow das ist so ein Fall weißt du ja lobe ich mir sowas wie SV Thor da kannst du dann halt auch wenn du halt mit deinem eigenen Story Fortschritt schon vorangeschritten bist im Story Fortschritt eines anderen Angleichen quasi halt und dich halt auf sein Niveau herunterbegeben und dann irgendwie helfen hörst du dich an da bin ich halt Niveaulos ich weiß ja ja Niveaulos, respektlos und auch sonst ziemlich zynisch jetzt ist da Niveau wo Niveau oh ich kenn nur Nivea die tun ganz schön weh hier ja dann musst du dich halt mal heilen ja tue ich ja schon die ganze Zeit ich würde ja auch Fernheilung verteilen aber kann ich nicht wo kommen die denn alle her halloo ja vielleicht du hast ja eigentlich dein Quest Fortschritt ja auch abgeschlossen gehabt also dein Quest ist ja theoretisch fertig gewesen das Spiel sagt mir wisst ihr ja eigentlich was wir hier machen wir warten auf Amiga Link ja wir kloppen und wir kriegen keinen Loot und keine Punkte das ist noch viel besser sehr sinnreich da muss man ja erstmal gemacht haben dann wenn man die Erfahrung gemacht haben kann ja ja ey du komischer Dudu kommt das ist wie gerade Dudu genannt jetzt habe ich irgendwas abgeschlossen das war wahrscheinlich das Bonus naja hier oben wird das nicht dass wir hier oben was kriegen dann Dudu oder so hier gibt doch irgendwo Erfahrungsbund wahrscheinlich war Amiga Link in einer anderen Phase was tötet ich stell mir zu Amiga Link das ist ne gute Idee wir folgen Amiga Link wir brauchen wir brauchen der muss er wohl hier sein wir waren hier ja der ist 30 Punkte hat er freigemacht wir brauchen wir brauchen wir brauchen es sind alles tot ich muss gerade den Typen hier freuen wir haben doch keine Zeit naja eigentlich Nummer 4 also nein das das ach ich hab ja gar nicht das Richtige Team warte mal es ist ne Haustier Duell ja warte mal warte mal warte mal willst du ein Duell ich war in der Gäste durch die Duellen Moment immer hier 25 oder 13 Menschen hin schon ich bin bereit für ein zu tun die Duell alles andere Jogi wir spielen jetzt Poker morgen sowas hast du denn das kannst du denn keine Ahnung ich erzähl dir das Bestand was hast du denn die Toaster komischen Hasen da m das hätte ich dann du weil ich ich setze den ich hatte schon eigenes haustier in die auswählen können zuerst früher war es so das erste was oben steht war halt ne dann das was wir machen soll es es kommt ab ab und zu ja habe ich natürlich du bist dran feiger hund erhebt noch ab recht abgehoben aua aua auf der bauer bauer das sind klack und feuer mehr genommen und jetzt und jetzt k die kraft mich an ja ich konnte ich gleich wirklich mehr schaden das ist mehr schaden das holst du dich auch noch ich glaube es hackt ja boah er killt mich oh er hat mich gekillt ja den gekillt hat er oh er hat mich gekillt das sauernder warte jetzt kommt oh nein was soll ich nur tun ha ich weiß es auch nicht ich klatsch da ich würde doch abheben ja was nehme ich denn jetzt den hier was kommt denn da oh mechanik mechanik hmm jay die barriere ist weg jay oder solange keine hausse kämpfe irgendwann gemacht uuuh boah mit ner rocket mit ner missile hat er auch nicht geschossen kaputte k das alles was du kannst überhaupt schaden ich bin halt mega aus er geht jetzt das ist ja gerade das coole daran weiß ja nicht was er geht daher wird das spiel und wieder mit ner missile kackpuhn 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 warte du mir du bist so ein kackpuhn 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 o Democrats kackpuhn kackpuhn ich 100 improvisieren Dein Blechhase. Nee, ist kein Blechhase. Das ist ein Osterhase. Muhahaha. Er buddelt sich in eine Steinplatte. Ich glaub's dir, was du zeigst. Ich bin halt Kanicke, was du willst, aber... Die Stein! Die Stein! Die Stein! Okay. Easy, gar kein Problem. Fast 2. So, Megalik, wie weit bist du? Oh ja, ich fühl mich hier so ein bisschen. Wir sollten mal wieder in seine Gegend hin, ne? Weil sonst kriegen wir keinen Erfahrungspunkt. Das heißt, du prügelt sich mit den Typen links und rechts, ja? Ja. Einmal mit Profis. Genau, den rechten. Aber hier geht's ja vor. Ja, das ist schon so. Das ist schon so. Das ist schon so. Das ist schon so. Du hast zwei Möglichkeiten. Drei. Du hast ja noch die Bandage. Beim Haustiertrainer kannst du das machen, wenn du ein anderes auf Cooldown musst. Ja, dann gehen wir mal in der Mitte hoch, ne? Der andere hat ja gar keine Haustiere. Ja, doof jetzt. Da kann man ja gar kein Duell machen. Wer hat keine Haustiere? Keine Haustiere. Du bist nicht fähig für ein Haustiertuell. Nö. Sind alle auf Eins. Da kannst du mit ihm ja eins machen. Boom, boom, boom. So, jetzt haust du auf den Dino ein, ja? Auf den Typen vor dem Dino. Ja, okay. Auf den Dino selbst soll es überhaupt gar nicht hauen. Jetzt kann sich nur eine Stunde handeln. Weil der Typ hält zu viel aus. Du musst dich heilen. Mhm. Guck mal rüber hier. Noch weiter machen. Noch eins. Meinst du? Ja, und Dodo, geh mal aus dem Weg. Der schwirrt hier rum. Der stört hier. Geh mal auf die andere Seite. Ich hab keinen Männer mehr zum Eilen. Ach komm ey. Falt den Dodo eingeklickt. Das war eben schon. Was wird denn das? Hin- und hergefliege? Ja, das ist halt mein Hin- und hergefliege, ja. Sieht auf den Haustierkampf versperrt. Ein Teil. Bitte. Aha! Geht doch. So, was hat er denn jetzt? Das ist die selbe Scheiße wie immer. Was ist denn da? Okay, fangen wir an. Wie? 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 Cheetah! Sag sie! Hat sich ausgeerdbebt Hat sich ausgeerdbebt Was kann der jetzt feines? Nix Oh Ja oh Feiger Link Ich bin nicht feiger Link Das ist Amiga Link Du bist auch noch ausgewichen Penner Okay für Feuer mit Feuer heißt das ne? Naja Ey ich brenne Ich zerfalle Du bist zerfallen yeah Ich habe zerfallen sein Walkür Flieg und Sieg Boah machst du nen Schaden auf die Untote Wir sitzen auf was Untos gegen den Drache Ich Und ich keine Ahnung Ja das schaut doch gut aus Ich hab das damals als Mob rauskam tatsächlich etwas effektiver gespielt Wir haben Amiga Link zurück Wie zurück Oh mein Gott Dann können wir gleich ne Aufnachpause machen Hey So wo treibst du euch denn rum? Da oben Da oben ist aber nichts Aua Selber Aua Selber Aua Allem das Dir wehtun Ja ich weiß Steh wieder auf Ich bin ein Steh auf Männchen ne Geht aber auch nicht viel Geht aber auch nicht viel I'm going down Blümchen? Blümchen Oho Wir haben Amiga wieder verloren Oh nein So aber ich habe dich noch verflucht ja? Ja Und der steht eins zu eins So wird es doch immer stehen bleiben So wir gehen jetzt auf eine Pause Und dann beim nächsten Mal Geben wir dann mal ein Fragezeichen ab Und gucken mal was dann daraus wird Das wird bestimmt super und toll Und hast du nicht gesehen Ja tschüss und bis denne und so ne Jojo